So, der Bub hier mit dem blauen Halsband ist der Butzi. Er wurde von dieser Frau auch gefunden, als er einen Verkehrsunfall hatte, gebrochenes Becken, da war er circa ein Jahr alt. Sie hat ihn aufgenommen, er war total traurig und depressiv und gar nicht gut drauf. Ciao Butzi! Ciao Butzi! Und dann kam die kleine Nina, ein kleiner Wirbelwind, die ihm wieder die Lebensfreude beigebracht hat. Butzi ist circa sieben Jahre alt, noch nicht kastriert, das wird jetzt auch noch gemacht. Auch er ist 45 Zentimeter hoch und ja, recht freundlich. Im Grunde, im Moment ist er natürlich sehr aufgeregt, weil er hier lauter neue Sachen schnüffelt.